Michelle schwebt aktuell auf Wolke 7. Jetzt hat ihr neuer Partner einen Auftritt ohne sie. Sängerin Michelle, 51, hat vor ein paar Wochen ihr neues Liebesglück öffentlich gemacht. Seitdem zeigen sie und ihr Eric Philippi, 26, sich ganz offen schwer verliebt bei diversen Anlässen wie dem Schlagerboom und Schwärmen von ihrer Liebe. Eric Philippi. Er ist der Neue an Michelles Seite gegenüber der Bild, sagte Michelle über Eric. Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. 25 Jahre trennen die beiden Liebenden. Doch das scheint keine Rolle zu spielen. Eric Philippi spricht sogar von Seelenverwandtschaft. Michelle. Überrascht sie ihre Fans bei Immer wieder sonntags? Und Michelle ergänzte im Interview, es gibt Menschen, die sind 26 und doch 3000 Jahre alt. Ich sehe in Eric nicht diesen jungen Mann von 26 Jahren, den ich liebe. Es ist seine Seele, die ich liebe. Es ist völlig unwichtig, ob diese Seele 26 oder 86 ist, so Michelle. Eric sei die Liebe ihres Lebens. Doch wer jetzt hofft, dass das Paar nun auch musikalisch permanent gemeinsam auf der Bühne steht, der wird enttäuscht. Am 13. August 2023 wird Eric Philippi nämlich ohne seine neue Partnerin bei Immer wieder sonntags auftreten, wie bei dasaste.de zu lesen ist. Denn ihr Name ist bei der Ankündigung der Gäste nicht zu lesen. Oder ist das nur ein Ablenkungsmanöver und das neue Traumpaar des Schlagers wird am 13. August dann doch alle mit einem gemeinsamen Auftritt begeistern? Es bleibt spannend, aber man muss sich wohl ohnehin keine Sorgen machen, dass man von Michelle und ihrem Eric zu wenig zu sehen bekommt in nächster Zeit. So sehr, wie die beiden voneinander schwärmen. Zudem hatte Michelle laut ihrem ehemaligen Manager auch schon den Wunsch geäußert. Ein Liebesduett mit Eric Philippi aufzunehmen. Manager verlässt Schlagersängerin Michelle. Doch es ist nicht alles nur rosa-rot bei der Schlagersängerin. Denn ihre neue Liebe soll sie ihren Manager gekostet haben. Markus Krampe, 52, hat hingeschmissen. Weil Eric Philippi sich zu sehr in alles eingemischt haben soll, wie er gegenüber der Bild erzählt. Nach zwei Jahren Zusammenarbeit ist Schluss. Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen. Deshalb lässt sie ihn in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen. Nur sind das Dinge, von denen Eric keine Ahnung hat. Und er wollte Eric nicht als Klienten annehmen, weshalb dieser gegen ihn gearbeitet haben soll. Ich konnte mit Michelle kein berufliches Gespräch mehr führen. Ohne dass er nicht dabei war. Deshalb musste ich die Zusammenarbeit mit Michelle leider beenden. Was mir sehr leid tut. Er befürchtet zudem, dass Eric den Schlagerstar nur ausnutzt. Da kann man nur hoffen, dass er nicht recht behalten wird.